Yevgeny Mikhailovich Liefschitz war ein sowjetischer Physiker, Leben und Werk. Liefschitz war der Sohn eines Medizinprofessors in Scharkow und studierte ab 1929 zunächst an einer Chemieschule und dann an der Fakultät für Physik und Mechanik am Maschinenbauinstitut in Scharkow. 1933 machte er sein Diplom und wurde dann Schüler von Lev Landau am Physikalisch-Technischen Institut in Scharkiew, wo er 1934 promovierte. Danach war er dort Forschungsassistent und erwarb 1939 seinen russischen Doktortitel an der Universität St. Petersburg. Ab 1939 war er am Institut für Physikalische Probleme der Akademie der Wissenschaften in Moskau. Außerdem lehrte er RU.A. an der Universität Scharkow, dem Institut für Chemische Technologie und dem Institut für Maschinenbau und Mechanik in Scharkow, der Lomonosov-Universität und dem Moskauer Pädagogischen Institut. Liefschitz ist auf dem Gebiet der allgemeinen Relativitätstheorie sehr bekannt für seine Beiträge zur BKL-Singularität. Noch bis ins Jahr 2006 wird dies als eines der wichtigen offenen Probleme der klassischen Gravitationstheorie angesehen. Nachdem der niederländische Physiker Hendrik Casimir 1948 die Wirkung der später nach ihm benannten Kraft vorher sagte, wonach sich ungeladene, extrem nahe parallel angeordnete Metallplatten, zwischen denen sich ein Vakuum befindet, anziehen, erweiterte Liefschitz im Jahre 1956 diese Theorie. Liefschitz sagte voraus, dass die Casimir-Kraft nicht nur anziehend zu wirken vermag, sondern auch abstoßend. Er berechnete die Kraft, die zwei ungeladene Objekte aus beliebigem Material aufeinander ausüben, wenn sich da zwischen ein elektrisch polarisierbares Medium befindet. Erst im Jahre 2008 wurde diese Vermutung von Federico Capasso und seinen Mitarbeitern an der Harvard-Universität bestätigt. Zusammen mit Lev Landau verfasste er das zehnbändige Lehrbuch der Theoretischen Physik, das weltweit richtungsweisend wurde. Er war Schüler und einer der engsten Mitarbeiter von Landau und zählte zur sogenannten Moskauer Schule der Theoretischen Physik. Seit 1966 war er korrespondierendes Mitglied der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften. 1954 erhielt er den Staatspreis und 1962 mit Landau den Lenin-Preis für ihren Kurs in Theoretischer Physik. 1974 erhielt er den Landau-Preis und 1958 den Lomonosov-Preis. Liefschitz war langjähriger Herausgeber des russischen Journal für experimentelle und theoretische Physik. Untertitelung des ZDF, 2020